Ich bekomme dich, Chris. 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 Wann ist Europe von oben oder von unten gekommen? Europe habe ich im Reaktor gesehen. Ich weiß nicht, wo er vorher war. Okay, hast du... Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ich kam von unten und ich war zuerst in Camps. Und dann kamst du von oben in Camps rein, Theo. Ich kam natürlich von oben, von Medbay. Ja, und dann bin ich im Reaktor rüber. Ja, das habe ich gesehen. Und dann bin ich von Reaktor wieder nach Camps. Da standst du immer noch an Camps. Und dann bin ich aus Camps raus nach oben. Da kam mir Omelas von der Leiche entgegen. Ja, also ich habe die Leiche da gesehen. Da bin ich runtergegangen, um zu gucken, ob jemand Camps ist, weil die Camps-Kamera an ist. Warum sagst du dann, das ist Quatsch, Theo? Na, wir haben uns ja schon vorher in Camps gesehen. Also, du hast mich nicht im Reaktor gesehen, Ich glaube, du bist wieder alleine rum. Ich wollte dich nur die erste Runde überleben lassen. Gart nur. Ach so, danke. Aber, Omelas, bevor du gekommen bist von oben, kam noch Bucky von oben. Oh. Der kam mir nämlich entgegen, als ich aus Reaktor kam und rüber bin zu Theo nach Camps, ist Bucky nämlich von oben in den Reaktor rein. Ich kann übrigens Chris und Nere klären. Das stimmt nicht. Oh. Ich bin von unten gekommen. Ich war vorher in Electrical. Dann zu Theo in Security geschaut und bin dann Reaktor rein zum Schluss. Ja, kann auch sein. Ja, okay. Wir sind jetzt genau in diesem Kreuz entgegengekommen. Das ist aber bestimmt einer von uns vier, nehme ich mal an. Das denke ich auch. Aber Theo könnte uns eigentlich Informationen geben, ob der alles von unten Electrical durchgelaufen ist oder von Matt Bay. Weil wenn da niemand kam, dann ist es hundertprozentig einer von uns vier. Es ist einer von uns vier. Ist es einer oder sind es zwei sogar? Könnte auch. Das ist eine Frage. Ich habe mich gewählt. Oh Gott, Leute. Ich habe zu lange gebraucht. Rosi, woher? Ähm, ähm, ich war gerade in die Kampferin. Leppel. 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 Buki hat sich an mich geklebt Ja, das war gerade interessant, wie wir gelaufen sind Nereg am Kartenräub Theo steht doch eben noch im Admin Äh, Rosi? Dich habe ich da gesehen Ich habe Theo da gesehen Rosi, wo warst du in der Runde da? Das hat gelogen Ich war, ich habe meine Runde gone Wer hat ja gerade Upload gemacht Leute, ich kann erklären, warum ich da nicht war Äh, ich habe die erste Runde, habe ich komplett auf Tasks geschissen Und habe Eventwatching und Camps gemacht Und jetzt habe ich meine Tasks angefangen Und ich gehe immer rechts rum Dann gerade mit jemandem im Admin Ja, ich war das Ah, Chris Ich habe Upload gemacht und dann K2 Ich bin gegangen Und Omelas, wann warst du in Electrical, dass du jetzt Divert-Power-Coms machen kannst? In der Runde davor Ja, wahre wirklich, habe ich gesehen Aber Rosi, wo warst du in der Runde am Ende? Am Ende war ich Bin ich gerade in Cafeteria rein Während bei Coms ganz viele waren Die sind links rumgegangen Da war die Tür aber zu Dann bin ich rechts rum hochgegangen In Navigation Okay Jetzt hat nur ein Kill gefallen In der ersten Runde Bin dann bei Weapons, habe ich meinen Download noch gemacht Ist jetzt auch wieder nur einer gefallen Ja, ja, ich wollte nur wissen, wo du warst Ich habe alleine für den größten Teil Ähm, ja Also, Beemo, kannst du mich kreieren? Äh Hast du mich gesehen in Coms? Ich habe dich in Coms laufen sehen, ja Ja, weil Ich bin Ich bin An Navigation vorbei Bin Coms Ich weiß aber nicht, wo du herkommst Äh Okay, aber so früh hätte ich nicht gehen können Weil das Wend ist halt auch da oben im Gang Ja, okay Wie gesagt, ich habe Rosi bei Atmen gesehen Ja, wie cool Und ich habe Als ich Richtung Neff gelaufen bin Kam mir Europe, glaube ich, entgegen Ja Der könnte halt theoretisch vom Cafeteria-Wend reingejumpt sein Nee, ich habe in Cafeteria erstmal mit Rosi noch Wires gemacht Und links gehen Ja, wenn Rosi dich klären kann, dann bist du für den Killklier Ja, ja Ich habe keinen Bock, keine Ahnung Außer es sind Rosi und Europe Ja, wir sind zusammen, aber Buki kam mir von Upper End, also bei über, ähm Matt's Bay von links entgegen Ja, aber ich habe den Ja, ich habe den Ja, ich habe den Ich habe die Runde angefangen Ich habe die Runde angefangen Ich habe die Runde gefangen Ich habe die Runde gefangen Warum hat der Theo gewählt? Wer hat mich gewählt? Und jetzt die Frage hat sie gesagt Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö so Chris ist es nicht und der war ja auch nicht SAS Chris liegt in Navigation in Nav ne du, ich bin links ich auch aus Theo von wo direkt du bist da am Anfang gewesen und bist da geblieben ja also ich glaube an K2 stand als ich gegangen bin aber was mich gewundert hat war wurde nicht Rosi letzte Runde auch einmal Admin geplaced warum war sie jetzt wieder ein Admin für K2 ich habe K2 noch nicht gemacht ich hatte vorher ein Upload und Wiring da was ist das ein Self-Report also Theo, wann warst du in Admin jetzt von Anfang an oder ich hatte Upload und Cardswipe gemacht ich habe dich aber nicht in Admin gesehen ich bin zuletzt als Admin raus da war nur noch Pimo drin dann bin ich runter durch Storage ist mir Omelas begegnet und dann bin ich nach rechts Pimo bei Theo ist es dunkelgrün zu übersehen also als du raus bist stand ich wahrscheinlich am Panel mir gefällt das nicht dass alle vier vom ersten Kill noch leben da war nur da war nur Bimo warte mal kurz Bimo war Theo in Admin? ich bin mir nicht sicher ja fuck dann ich könnte Bimo und Theo sein ja und Theo ist auch sass wegen den Kill mit Camps mit aber da ist auch ich war für jeden Kill sass aber immer mit jemand anderem also müssen wir hier Theo wählen oder nicht? warte jetzt gucken wer pusht auf wen? also ich würde hier glaube ich Theo wählen also pushen wir sind viel auf Theo also ich habe ein bisschen sass auf Bimo weil er so wenig sagt das stimmt und er müsste eigentlich wissen weil ich echt verwirrt bin von dem ersten Kill dass ihr da irgendwie zwei Leute kommen von der Leiche Bimo 10 Sekunden Bimo hast du mich in Admin gesehen? Leute ich bin mir nicht sicher dann will ich dich ich glaube nicht ich rufe einfach Bimo erstmal ich habe jetzt Theo gewartet oh 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 ich habe nicht gewartet was? wie du hast nicht gewartet? es ging nicht mehr nein dann Oxygen und Reaktor ich bleibe am Quatschen holy shit sind wir gut Bimo was war das? was war das Rosi? ja was war das? du hast nicht gedrückt und ich bin hoch zu dir gekommen und jemand anderes runter ich habe oben die ganze Zeit gedrückt nein hast du nicht okay ähm Europe wer war da oben? ähm warte Bimo war Bimo ich habe oben gedrückt ja nein hat er nicht äh es war am Anfang hat jemand gedrückt dann wurde losgelassen das habe ich gesehen ich habe losgelassen und bin hochgelaufen weil ich gesehen habe Bimo drückt nicht dann bin ich hoch und habe gedrückt und unten hat jemand dann gedrückt danach das war Theo das war Theo? nein ich war gar nicht da wo warst du? am Button also erst bei Oxygen habe ich hä? also der Bucky gedrückt hat wähle ich Theo Bucky hat gedrückt also ich will nochmal ich will nochmal Bimo nee der Bucky den Button gedrückt hat wähle ich Theo wir hatten unten den Reaktor gemacht nein aber Rosi hat ich glaube es sind Theo und Rosi ich glaube Rosi hallo wir hatten den Reaktor unten gemacht ich habe unten Umelas Umelas ja Umelas es ist Bimo ich glaube auch dass es Bimo ist es ist Bimo Leute ich bin als erstes rein und bin direkt runter und habe geklickt und Bimo drückt die ganze Zeit nicht Bucky hast du mich gesehen am Button? also ich glaube ich habe nämlich Rosis Pad gesehen wie es nach oben gelaufen ist Umelas 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 wen habt ihr jetzt gewartet? Bimo ja ich habe oben die ganze Zeit gedrückt und ich glaube Rosi kam gerade um mich zu killen Bucky danke also ich weiß nicht ob es richtig ist aber oben wurde nicht die ganze Zeit gedrückt das weiß ich Prozent Rosi gehst du oder kill dich? der Fönd 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 Ich war fast mit den Tanks fertig. Ja, blöd, dass ich Ome das Leiche gerade noch am Button gesehen habe, Theo. Ach, du schiebst auf mich? Theo war auch schon fast, oder nicht? Also, wer hat den Reaktor gemacht? Fangen wir mal so an. Ja, ich und Europe, glaube ich. Nee, Ome lasst. Oder Rosi. Ach, Ome lasst. Ja, ich war oben am Reaktor auf jeden Fall. Das ist interessant. Ja, ich stand am Button. Ich war auch wieder erst zu Oxygen gelaufen. Ja, und das war oben und hast gekillt links vom Button. Nee, also so nicht. Doch, doch, so schon. Leute, ihr müsst euch entscheiden. Der hat ganz knapp nicht gepostet. Theo lächelt. Nö. Also, der Einzige, wo ich mir sicher bin, dass sie es nicht ist, ist Rosi. Ach so. Aber... Warum hätte ich den Reaktor gerade gemacht, wenn ich Impostor wäre? Weil jemand, weil andere dabei waren. Ja, weil sonst hätte ich den gemacht. Ja. Ich bin als Erster zum Reaktor gelaufen. Ich war als Erster da. Wo den hast du gewählt? Ich bin auch als Erster zu O2 gelaufen. Wenn O2 gecolt wäre, hätte ich da direkt den Code eingegeben. Ah, Buki, was hast du? Du hast auch Theo. Theo, was hast denn du gewählt? Buki. Ich habe Buki gewählt, weil er mich anschuldigt. Sonst hätte ich geskippt. Nee, Buki hat jetzt schon zum zweiten Mal Reaktor mitgefixt. Ja, aber vielleicht fixst du einfach gerne Reaktor. Nee. Nee, das wäre blöd. Oder? Ja, aber bei vier Leuten mit einem Impostor weißt du, dass der Reaktor immer gefixt wird. Da kannst du selber mitfixen. Aber wie oft war Buki schon sass jetzt in den Runden? Ja, beim ersten Kill war er sass. Ich habe nicht gesehen, ob er... Er hat einen Kill, glaube ich, reportet, oder? Einen habe ich reportet. Das war Chris, ja. Ah, nee. Wo du dann Tast warst, weil du behauptet hast, du warst in Admin und keiner hat dich in Admin sehen können von den Leuten, die in Admin waren. Also wir könnten jetzt... Ich könnte jetzt Buki wählen und dann könnten wir einfach ganz lame einfach alle zusammenbleiben und Taskwin machen. Ja, das könnte man auch machen. Ja, nee, dann sterb dir einfach. Ich wäre gerade bei meiner letzten Task gewesen. Ich weiß nicht, ob ich noch Task habe. Okay, danke. Sorry, Theo, ich bin nur in Zweierpaare gewandt. Danke, Jürgen. Danke, Jürgen, dass du diesmal nicht gewirkt hast. Zwei Sekunden nicht killen. Hätten die zwei Sekunden mehr gebraucht, hätten wir gewonnen. Ja, hier, ja. Das war echt schlechtes Timing. Das hat mir gehofft, dass Bimo gesagt hat, dass er die ganze Zeit gewonnen hat. Das war der Unterschied vom Kill-Codown zwischen 22,5 und 25. Theo, du warst nicht in Admin, oder? Nö. Nee, weil ich irgendwo die ganze Zeit... Ja, deswegen war es bei den meisten... Du hättest dich auch in das Place ein bisschen, Theo. Weil ich war in Admin kurz drin, aber nur weit genug, um nur Bimo zu sehen am Tisch. Ja, ich war ja auch relativ lange in Admin. Und dann war das okay in Bimo und versucht Theo zu decken. Theo, war das jetzt am Ende killen und hoffen Leiche verstecken mit Button? Ja. Ja. Das war eigentlich ganz smart, aber... War gut, aber... Sekunde zu langsam. Ja, Bucky kam halt direkt dahinter, leider. Ja, sorry, Theo, ich bin nur in Zweierpaare gerannt, ich konnte nicht killen.